Hey Leute, ich bin der Koke und spiele The Blob 2 für einen DS. Fangen wir gleich mal an. Genau. Entschuldigung. Ah, sind wir ja schon bei 29%. Geile Sache. Okay. Ah. Gut, wir warten damit noch und beenden lieber den letzten Level. Let's go. Zocken. Ja. Okay, ähm, weiter geht's. Mit Blue, äh, was? Okay? Nein. Aha, ich muss also... Komm her, Edu. Was war das? Aha. Zehn Stück sind's. Drei hab ich schon mal. Ach, ich mach mit Lila weiter. Oh. Was? Jetzt aber, hier. Nein, da ist wieder nischt. Da auch nicht. Nein, ey, ey, wahr. Jetzt checkt er wirklich der Wurm drin. Na. Ging ja bis jetzt alles noch ganz easy. Aha. Vergesst, dass ich will alles haben. Alles. Und noch viel mehr. Okay. Nein. Jetzt. às, äh, 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 äh. Äh. Brauern, da ist auch noch was. Ah. ś. Nein! Aha. Alter, muss ja paranoid sein, um auf so einen Quatsch zu kommen. Hab schon mal die ersten vier. Aha. Mit rot also weiter. Ah, da oben ist ja... ...ein Leben. Geil. Ach du Gott, da muss ja vollkommen einen Schuss im Kopf haben. Für den Level. Ach du Gott. Das heißt also, ich muss... ...bitte klapp, bitte klapp. Ja. Jawoll, die erste Note. Ich bin aber jetzt grau. Und schmeckt mir ja nicht. Ah, rot. Na? Was ist das denn für ein krasser Level? Nochmal. Ey, ich hab doch gedrückt. Nochmal. Ach so. Ach, du Gott. Äh, mal paranoid sein. Und hier hoch hüpfen. Oh, äh, ich sag da hoch hüpfen. Oh Gott, die zweite Note. Ich will gar nicht wissen, wo die andere ist. Aha. Das ist mal ein geiler Level. Ich nehm alles zurück. Oh. Hier ist ja alles drin. Ah, komm her, hier. Erwischt. Okay. Zwei Noten habe ich schon mal. Sechs. Ah. Farbklexe. Acht Farbklexe. Ah, rot war richtig sogar. Aha. Okay. Jawoll. Jetzt brauche ich trotzdem noch eine Note. Okay. Alles noch irgendwie ganz easy. Nein, das war... Oh Gott. Und da oben ist die... Nächste Note. Ah, cool. Schweine habt. Und danach muss ich mal ein Gegensatz der Zeitrichtung machen. Okay. Das war knapp. So. Gegensatz der Zeitrichtung. Nein. Das war doch schon so gut. Irgendwie. Nochmal. Okay. Nicht ihn mutigen lassen. Okay. Nicht ihn mutigen lassen. Na? Alter, war das knapp. Ich habe sie aber. Yeah. Okay. Okay, zum Ziel. Was ja schon da ist. Bam. Dass ich mal ein Highlight Level war, dann weiß ich es auch nicht. Kriegen wir jetzt irgendwas? Ah, 32 Prozent. Erledigt. Geil. Mit Heiligenschein. Na gut. Das war es von mir. Ich bin der Coke. Das war der Blob. Viel Spaß beim Zuschauen. Und beim nächsten Mal gibt es mehr. Reinhauen. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.